Kann ich mit 63 in Rente gehen, wenn ich zuvor 45 Jahre gearbeitet habe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Es gibt viele Irrtümer zum Thema Rente. Unter anderem auch die Frage, wenn ich 63 bin, kann ich dann in abschlagsfreien Rente gehen, wenn ich 45 Jahre gearbeitet habe. Mit der aktuellen Rechtslage geht das nicht mehr. Ab dem 1.7.2014 oder zu diesem Zeitpunkt war das damals noch möglich. Da konnte man nämlich mit glatt 63 Jahren und 45 Jahren Wartezeit abschlagsfrei in die Rente gehen. Das betraf aber nur die Geburtsjahrgänge vor 1953. Wer 1958 geboren ist, kann mit glatt 64 Jahren in die Altersrente für besonders langjährig Versicherte gehen. Das ist die Altersrente, um die es hier geht mit den 45 Jahren Wartezeit. Im Grundsatz heißt es, dass Sie auf ein für Sie ganz genau bestimmtes Lebensalter als Renteneintrittsalter warten müssen, wenn Sie die 45 Jahre erreicht haben, damit Sie dann abschlagsfrei in Rente gehen können. Es kann zum Beispiel sein, dass Sie wirklich ab dem 15. Lebensjahr oder 16. Lebensjahr gearbeitet haben, 45 Jahre Wartezeit erreicht haben, 61 Jahre alt sind und dann denken, dass Sie mit 63 abschlagsfreien Rente gehen können. Nein, ist nicht möglich. Sie müssen einfach gucken, wann das Renteneintrittsalter für Sie, für diese besondere Rente ist. Ab dem Geburtsjahrgang 1964 geht es dann nur noch mit Vollendung des 65. Lebensjahres plus 45 Jahre Wartezeit. Und dann gelten genau die gleichen Regelungen, wie wir sie schon seit 2012 kennen. Damals wurde nämlich 2012 die Altersrente für besonders langjährig Versicherte erstmals in das SGB VI eingeführt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel